Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe euch geht's gut. Mir geht es ebenfalls Grund. Hallo und willkommen zu einem Spiel, was ein bisschen Psycho sein soll und es nennt sich Leia. Und ich würde einfach mal sagen, springen wir jetzt direkt ins Spielchen hinein und lassen uns... Ah, den Horror spüren. Ja. So, wir sind zu Hause und... Oi. Oh. 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 Ich dreh... Moment, ich dreh die Maus einmal ganz nach rechts. Guck mal, ich hab mich schon fast umgedreht wieder so. Oh Gott. Okay, das ist dann wieder lustig. Was ist das für ein Bild? Oh mein Gott. Okay. Sehr creepy. Ich hab einen Schlüssel. Und da hängt auch so ein Bild. Was ist das für ein Ha... Ein Fenster in ein Schlafzimmer. Sehr gemütlich. Ich hab's nicht berührt. Na gut. Ah, Leia. Ja. Aha. Okay, die Mutter ist... Chillt woanders. Und Leia wurde gebeten, in ihr Zimmer zu gehen. Grüße, Mom. Sorry, the television isn't working. Okay, der Fernseher arbeitet nicht. Wir haben einen Scheißabend. Ja, ab in unser Zimmer. Die Tür ist zu. Mama hat uns veräppelt. Geile Mutter. Hat's geklopft? Okay. Wer ist das? Überall... Boah. Diese Nase. Oh, 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 oh. Okay, überall sieht man dieses... Schöne Gesicht. Ähm... Es ist kein YouTuber. Das kann man schon sagen. Es ist kein YouTuber. Oder Markiplier mit... 19? Keine Ahnung. RTL. Haben wir keinen Bock drauf. So. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Da ist wie in der Zelle am Kühlschrank. Und da steht drauf... Äh. So. Don't open, please. Wir sollen es nicht öffnen. Geht auch nicht. Das ist ziemlich laut. Das Spiel fällt mir gerade so auf. Okay. Ach, wie eine Mutter nach Hause kommt. Wir machen das mal lieber zu. Das sind mechanische Türen. Wenn man nämlich die eine zu macht, dann geht die andere damit auch zu. Also... Schon high-tech hier. Leia's Birthday... Haben wir heute Geburtstag? Draußen. Ja. Okay, die Türen sehen echt heftig aus. Wie so ein Bunker. So ein Weltkriegsbunker. Geil. Sie wissen, was gut ist. Setzt... Bitte. Setzt euch Kopfhörer auf und macht es dunkel in eurem Zimmerchen. Und macht die Kopfhörer wie ich auf volle Pulle. Ich hab sie immer auf volle Pulle. Weil... Wow. Also die Geräuschkulisse ist schon heftig. Und das, als ich gerade die Tür aufgemacht hab. Geht das nochmal? Wie ich die Tür aufmache? Ich weiß es nicht. Wir versuchen es nochmal. Kommt nicht nochmal. Aber das war so ein creepy Geräusch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo? Ah. Ja, gut. Mein Gott, sehen wir heute schön aus. Wie geblendet. Hahaha. Ist das einfach so schlecht, oder? Oh Gott. Oh, ich kann hier... Klar. Wichtig in einem Horrorspiel ist, dass die Toilette funktioniert. Wir haben auch keine Ahnung. Was war das? Irgendeine Tür ist aufgegangen. Ich will es glaube ich gar nicht wissen. Remember this. Können wir uns daran erinnern? Keine Ahnung. Denke nicht. Hier. Wow. Okay, da ist ein Geist gerade vorbeigegangen, aber... dieses Geräusch, das war... Gut, okay, nice. Supi, das war aber der Programm hier. Was ist das denn? If a tree falls in a... ... and no one's around. Boah, was ist das für eine Schrift? Alright. Does it make a sound? Ist jetzt mein neuer Status bei Whatsapp. Werde ich sofort mal... Oh, das ist gerade aufgegangen. Nee. Teen dies after jump from... Was war das? Können wir uns noch mal was aufmachen? Hier ist... ...nichts. Was? Ach, ich kann es mir nicht hier angucken. Okay. Okay. Spiel geht schon gut los. Ich mag solche Spiele. Weiß nicht, warum. Ich mag das. Welche? Ja, ist okay. Und? Ja. Stopp. Hä? War nicht vorhin noch das Zimmer da oben? Wir sind doch noch da oben gegangen. Wir müssen dann runter, oder? Okay. Es hängt. Wieso hängt es? Es lädt. Es lädt. Und... Mein Gott, ist das ein großer Keller. Gut. Natürlich. Hier ist eine Tür. Nein, ich möchte mich erstmal hier... Oh mein Gott! Es ist nichts passiert. Wir laufen weiter. Was ist das für ein Ding? Äh. Ne, ich will's mehr... Ach, Bitch. The Bridge Builder. Bleib doch mal schön stehen. Junges, äh... Ding. Okay. Ich kann nicht mehr sprinten. Das ist doof. Das ist ganz, ganz doof. Was ist das denn für ein Teddy? Ein Glas-Teddy? Okay. Mit dem Teddy können wir nichts machen? Nein? Okay. Dann... Schleichen wir mal zur Tür. Ach, die befinden sich auf der anderen Seite, ne? Ich sehe noch irgendwas. Die... Geräusch... Geräusch... Die Geräusch... Doch, Geräuschkulisse. Soundkulisse. So, jetzt habe ich es gut gefunden. Die Soundkulisse ist schon mal sehr, sehr geil. Oh no. Ich mag es nicht, wenn es rot wird. Okay, die Tür unter und so. Ach, wir können schon nicht mehr hoch. Okay. Wir können... Ne, wir können nicht mehr hoch. Wir werden gezwungen, da runter zu kommen. Und es ist verdammt laut. Oh, ist das unangenehm. Oh, Gott. Ah, ja. Okay. Das ist creepy. Das ist creepy. Boah, was ist denn was? Sieht schon schöner aus, finde ich. Oh, nee. Ich mag so eine Musik überhaupt nicht in solchen Spielen, ne? Ich weiß nicht, wer früher, ähm... Meine Videos auf meinem anderen... Äh, alten Kanal geguckt hat. Da hieß es, glaube ich, nur Bloody Breakers oder so. Ähm, ist aber schon drei Jahre, ja. Der muss sich an Black Rose noch erinnern. Oder zwei Jahre. Black Rose muss sich da noch an und dran erinnern können. Ähm. Das war ja mein großer Kanal. Und da habe ich auch ein Spiel gespielt. Black Rose, das war auch so ein Horror... Ja, klar war das Horror, ne? Und da gab es genau so eine Musik. Und ich habe das gehasst, weil das die Atmosphäre noch verschlimmert hat und... Spiel, was erwartest du von mir? Als ob ich mir das durchlese. Spiel, was erwartest du von mir? Als ob ich mir das durchlese. Nein, ich finde in solchen Spielen, äh... Mann, wer ist dieser Typ? Oh! Mann! Styler. Da ist das Radio. Kann ich das ausmachen? Bitte, bitte kann ich das ausmachen. Aus, ausmassen. Bitte kann ich das ausmachen, bitte. Boah, dankeschön. Danke. Oh, thanks, Gott. Dankeschön. Vielen Dank. Mann. Hey, nächstes Mal mach mal irgendwie, keine Ahnung, aus wie Osborne oder so. Mach mal ein Coming Home, was weiß ich, keine Ahnung. Oder mach mal irgendwie so ein Metal, Metal Core hier, mit Sugar. Doi. Kann ich das betätigen? Kann ich? Kann ich mir das anhören, würde ich sagen, so? Oh Gott. Es ist Dezember 3. Ich bleib bei, seitdem es war. Es hat über ein Monat, seit ich alles überraschte und... ... und ich kann trotzdem nicht helfen, aber fühle mich, als ob es meine Schuld war. Ich habe so immerwes in meine Studien, dass ich nicht mehr von meinen Schauspielern oder sogar noch nicht mehr Zeit mit ihm mit dem. Ich habe mein Arbeit, meine Leben, eine Art von mir fühlt sich, als ob es ein Katalist für mein Schauspiel zu meinen Schauspielern. Meine Frau hat bestimmt auch sehr viel Stress in der Zeit, und es fühlt sich, als ob sie die einzige, die all die Dinge entstanden hat. Ich weiß, dass Katie das alles gut hat und... Ich hoffe, dass Lee zu jung ist, um zu verstehen, was passiert ist. Oh nein, sowas ist nicht gut. Ich mag sowas nicht. I don't like that, bitch. Oliver went with me to the park today. I wish he would... Oh Gott. Oh Gott. Sorry, mein Rücken. Ja. I wish he would play with me more, but he only read. Okay. Ich muss mal kurz... Mein PC ist so weit von mir entfernt und das ist heftig. Weil ich mag das nicht so, wenn er so oder anders. Oliver never talks to me and he only plays with his friends from the... Theater? Theater? Monetary Theater? Ach, keine Ahnung. I can't wait... Mein Gott. I can't wait... Until I am... Diese Schrift, das ist scheiße. Alder. And I can... Show him... How many friends I have. Oh mein Gott. An manchen Stellen ist sie in Ordnung zu lesen, aber an manchen Stellen ist das zum Kotzen. Mom said that Oliver won't came home anyways. Mom is crying and don't know why. I hope I see him soon. Oh, ja. Ich glaube, ich weiß... Mom said that Oliver is in a new home in the sky. Oh, maybe he's flying with the birds. Okay, ich verstehe. Okay. Oliver was it... Mein Gott. Was it's me all the time now and he always plays with me. Oliver is the best brother ever. Okay, ich hab's verstanden. Hm. Okay. Ich glaube, wir... Also Lea... Ähm... Können das... Sind noch etwas jünger. Und unser Bruder war wohl älter und... Ich glaub, wir könnten das alle... Konnten... Oder konnten... Können das noch nicht alles so verstehen mit dem Tod und so und... Oh no. Will ich da rein? Ich geh. Ich geh nach Hause. Tschüss. Ich muss da rein, oder? Ich muss da rein. Uah! Das war laut. Das beruhigt mich. Mach weiter schaukelfertig. Das beruhigt mich. Okay, wenn das unser Bruder war, dann... Ist er mir echt ein bisschen unsympathisch, wenn ich eigentlich bin, ja? Hallo? Ich kann nicht... Ah! Ich kann spielen! Boah! Okay. Jetzt ein Schneter. Ein Teddybär. Ein Auto. Und... Natürlich! Bauklötze wohl leer stehen. Super! Geil! War ja klar. Also... Was soll denn dann sonst stehen? Klar. Sicher. Sure. Klar. Das... Oh no. Irgendwas passiert hier, oder? War irgendwie voraussehbar. Das war voraussehbar. Das war einfach voraussehbar. Ähm... Ja. Was soll ich sagen? Genau. Morgen oder übermorgen oder dann... Keine Ahnung. Irgendwann. Diese Woche noch. Wird ein Spiel kommen, ähm... Was ich schon seit längerem eigentlich spielen wollte, aber es irgendwie... Ich muss sagen, vergessen habe. Ähm... Na, ich will nicht mehr. Und zwar heißt das Spiel irgendwie, ähm... Ich glaub Bunker oder so. Und es soll sehr, 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 sehr krass gut atmosphärisch sein. Freuen wir uns drauf. So. Oh no. Da kann ich wieder nur ein paar Zentimeter sehen, oder? Ah, scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ist das schlimm. Ist das schlimm. Ist das schlimm. Oh mein Gott, ist das schlimm. Oh! Oh shit. Ich hab mich jetzt wohl so krass erschrocken, dass mein Mikro runtergefallen ist. Oh Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Ähm... War aber auch ein sehr fieser Jumpscare. So, hier lang, ne? Oder? Doch, hier lang. Es war ein sehr fieser Jumpscare. Ja. Schitte. Ja, wir können uns nur dunklen, aber nicht sprinten. Oh Gott, Alter. Okay. Oh mein Gott. Oh Gott. Das war echt sehr fies. Kann ich hier noch lang gehen? Ich will hier noch weiter lang gehen. Nein, lieber nicht. Die Türen schön hinter einem schießen, ne? Hey, warte mal. Von hier kamen wir doch. Wir sind im Kreis gerannt. Und... Oh, please, no. Bitte kommt jetzt nicht irgendwie noch was. Bitte. Was ist das? Okay. Gut. Oh. Oh. Ich habe Angst. Ja, äh... Sag mal, wollt ihr mich veräppeln? Hier war ich doch gerade. Ey, das ist echt jetzt nicht wahr, oder? Okay. Ist unser Geburtstagskuchen. Oder? Ich hoffe. Okay. Ist das unangenehm? Oh Gott. Das wär's lieber. Oh Mann, ey. Ich habe mich gerade so erschrocken. Dieser Schock ist jetzt immer noch in mir. Äh, wo lang? Oh Mann. Ah. Ah. Mein Herz. What? Was war das? Oh, verdammt. Ich kann nicht mehr. Ah. Wann ist diese Scheiße vorbei? Oh Gott, ein Schaukelpferd. Beruhig mich, beruhig mich, beruhig mich. Warum beruhigst du mich nicht? Ja, beruhig mich. Boah. Ich kann nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott. Ist das ne scheiß Atmosphäre, ne? Oh mein Gott. Ach, hier waren wir schon. Mann, wie kommen wir denn hier raus? Vor allem laufen wir sehr langsam. Oh Gott. Oh Gott. Hört ihr das? Das kann schon nicht gut sein. Irgendwas kommt gleich wieder. Alter. Das ist echt nicht ernst jetzt, ne? Weißt du was? Scheiß? Als Rache? Ja. Lieber Oliver. Lieblingsbruder. Geh ich jetzt mit den Spiensachen spielen. Ey, aber nein. Ehrlich mal. Wie kommen wir denn da raus? Hier kann ich auf einmal sprinten, ne? Wusste ich. Hier nicht. Okay. Ich mach diese Tür zu. Und ich geh da lang. Ey, ich hab keine Ahnung. Ich bin so verwirrt. Von da sind wir ja gekommen. Das geht schon mal nicht. Boah. Oh. Geil. Ich hab's eigentlich gefunden. Oh, ich dachte ich komm hier nie wieder hin. Oh Gott, das ist ja hier noch schlimmer. Oh nein. Wenn dieses Bumm schon kommt hier. Dies Bumm. Hab ich eigentlich keinen Bock mehr. Es wird irgendwas mich verfolgen, oder? Es wird mich irgendwas verfolgen. Es wird mich irgendwas verfolgen. Oh no. Mein Gott. Es wird mich irgendwas verfolgen. Es wird mich irgendwas verfolgen Es wird mich irgendwas verfolgen Es wird mich irgendwas verfolgen Ich muss die ganze Zeit nach hinten gucken Ich hab so Angst Ich muss die ganze Zeit nach hinten gucken Das ist so unglaublich Die Atmosphäre gerade Scheiße Fuck, ich guck nicht nach hinten Schnell, schnell, schnell Oh Leute, Junge Ach, spring doch hier runter Egal Bräch dir fünf Bräch dir Beine, Arme Egal, Hauptsache bis unten Och, eh, nicht mehr lange Ich bin so happy Oh Gott Ah, Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh, wieso tue ich mir eigentlich sowas immer wieder an Echt jetzt Wieso tue ich mir sowas jedes Mal Immer wieder an Ich guck nicht mal nach hinten rechts Ich guck nicht nur nach vorne Jedes Mal Bin der Typ, der seine Angst aufnimmt Ja, geil Werde ich demnächst Der Typ, der seine Freude aufnimmt Und seine Liebe Und Kuscheltieren spielt Aber es gibt da noch eine Frage, Leute Die muss ich wirklich stellen Oh, was ist das? Was ist das für ein abgefucktes Haus? Oh mein Gott, was ist das? Oh no Hier kommt auch noch irgendwas Hier kommt auch Oh nein, das ist unser Bruder Oliver Ach, warum hängt er hier überall? Oh mein Gott Ach, scheiße Jetzt gleich kommt irgendwas Und das macht uns noch einmal so richtig Dann sind wir wirklich Ah, geil Irgendwas kommt gleich noch Boah, ich will gar nicht mehr Ich guck nicht Irgendwas kommt jetzt noch Oh Gott Jetzt ist der weiß Der macht uns Lea and Oliver Oh scheiße Jetzt kommt er Jetzt muss auf Jetzt muss auf Muss auf Aufpassen Oh Was war das? Wo sind wir? Wo sind wir? Ich will nicht raus Was? Now we can play together Okay Das war ein echt krasses Spiel Aber eins interessiert mich gar nicht Wenn wir diesen Zettel nicht gelesen hätten Ich hab da eine Tür aufgemacht Wohin hat Wohin hätte die die geführt? Soll ich das jetzt noch herausfinden? Ich überlege gerade Soll ich das noch herausfinden? Ja Ich weiß Ich bin verrückt Ich hab jetzt das Spiel nochmal Durchgespielt Und hab den Ausgang Oh das heißt Ausgang Diese Tür gesucht Und Ich hoffe wirklich Da ist jetzt noch was Weil wenn nicht Dann hab ich alles umsonst gemacht Und das war sehr ärgerlich Oh mein Gott Hier ist wirklich noch was Hä Wie cool ist das denn? Hä Leute Das ist saugeil Das ist unsere Wohnung Nur leergeräumt Und grau Weiß Und Das ist mega cool Das ist Das ist saukool Okay Das ist richtig heiß Und da kommen wir sogar aus unserem Zimmer Hey Okay Wir sind eingequetscht Nein Also Oh Ja Hier Warte Ich mach zu So Nochmal Also und hier Das ist auch nochmal ein Ende gewesen Okay Es gab zwei Enden Ich dachte jetzt kommt noch was überraschendes Na gut okay Ja Das war das Spiel Leer Ich ähm Wünsche euch einen wunderschönen Abendtag Keine Ahnung wann ins Video schaut Haut rein Macht was draus Und Bis zum nächsten Mal Alla